Naja, ich hab nicht viel Leben verloren, nur Freunde. I'm sorry, dass ich euch nicht schützen konnte. Tut mir leid. Du meinst, mir so blöd kommen zu müssen. Arschloch. Ich dachte mir, dass du von da kommst. So, wie viel kommen noch? Ich hab das alles beim Metro durchgemacht, also lasst mich in Ruhe. Ich seh keinen mehr. Das muss aber nichts heißen, also wissen wir. Ach, scheiße. Du selbst erledigt? Na komm! Weil er leidigte gut. Den Herd kann ich nicht zerstören. Ich hab gleich wieder Freunde, ist alles in Ordnung. Ich bin nicht lange allein. Und ich war die ganze Zeit im Spiel allein, deswegen nicht so schlimm. Ich hab kein Fenster drückt. Okay. Lass mich in Ruhe. Hier ist nichts. Gut. Komm ich denn da hin? Gibt's denn einen Weg außenrum? Ne. Also vielleicht doch, aber ich seh nicht. Egal. Ich hab euch vergessen. Okay. Déjà-vu war ich ja schon mal. Fünf Schüssel. Ja. Es ist immer noch gleich. Äh. I'm so sorry. Oh, das ist der Raum, richtig? Aber wie komm ich denn da raus? Oder? Ich weiß es nicht. Doch, das ist der Raum. Ich trau dem nicht. Nix. Okay. Egal. Geh ich weiter. Hä? Ich muss da runter, richtig? Äh. Das Treppenhaus existiert nämlich nicht mehr. Ja, ich muss wohl da. Ja, da kommt mal her, lauft mal ins Feuer. Worauf schießt ihr denn, ihr Idioten? Misch dir die mal so richtig auf. Also die Affenviecher sollen die mal so richtig aufmischen. Oder die... Ja. So, da läuft bestimmt noch einer rum. Oder auch nicht. Da ist ein... Eines unserer Zeichen. Au, na. Ich bin nichtmals in die Nähe gekommen. Jetzt ist es aber mal gut. Habt ihr noch irgendwas für mich? Nee, das sind alles... Ich bin nichtmals in die Nähe gekommen. Und hat mir gar kein Leben geklaut. Bist du ein Idiot? Ähm. Warte. Da sind Kisten für mich. Geheime Kisten. Vielen Dank. Oh, ich hab wieder Schrot. Aber ich sollte es nicht zu sehr verbrauchen. Kled. Meine Maus ist gerade abgehauen. Ich sehe ein Baby von mir. Hier ist, wo ich weiß, wo sie sind. Oh, ein Schlachtfest. Was passiert, wenn ich nach oben gehe? Gerade Zeichen. Ja. Ich kann gar nicht nach oben. Okay, hat sich erledigt. Gordon, ich hab meinen Namen gehört. Ja, ich komme. Wenn ihr mir sagt, wo ihr... Ihr seid. Ja, ich bin's. Ja, wo denn sonst? Dr. Klein ist jetzt in Sicherheit. Das ist sehr gut. Aha. Mhm. Nein. Aber es interessiert ja keinen, ob ich bereit bin oder nicht. Ich komme. Ja, ja, ich komme. Geh voraus. Geh. Entschuldige. Ich soll voraus gehen. Ich hab deinen Freund getötet. Ich hab mich auf der Toilette versteckt. Ja. 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 Wir laufen im Kreis. Merkst du das, Alex? Aber ist nicht schlimm. So können wir wenigstens alles erkunden. Warum so viele Badewannen? Wir müssen nicht Outlast nachspielen. Mit dem Typen in der Badewanne. Warnir. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Nein, da ist alles zugemaut. Alex. Vielen Dank. Wir werden wahrscheinlich zurückkommen, wenn wir es gebrauchen können. Verzeihung. Nichts ist passiert. Alles in Ordnung. Ja, ähm. Tut deinen Knien gut, wenn du hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter gehst. Okay, das war's. Meinst du? Die Tür. Ich nimm diese. Ich rate nur auf den... Pfff. Pfff. Vielen Dank. Na, wir haben Glück. Draußen auf dem Platz ist ein Generator. Mhm. Wir möchten so viele wie möglich ausschalten. Ja. Da schlecht die Kombine in diesem Sektor. Ja, okay. Ich brauche etwas Zeit, um den Kern freizulegen. Danach musst du ihm mit dem Gravitron saures geben. Pass so lange auf mich auf. Ich kann's nur versuchen. Huch. Das ist sehr nice. Das passt nun so. Fantastisch. Auf geht's. Ja, Moment. Ich bin sofort wieder für euch da. Wartest du auf jemanden? Ja, ich warte auf den Weihnachtsmann. So, da bin ich wieder. Thank you. Geht raus. Und ich trau dem Braten nicht. Kann ich noch in die andere Richtung gehen? Gucken, ob ich, ähm, da eventuell, ähm, Muni herkriege. Aber ich befürchte, dass das jetzt ein Sterbefest werden könnte. Aber nein, hier gibt's nichts. Also, sterbefest. Dann nehmen wir uns schon mal drauf ein. Da liegen welche. Ja, fahrt sich nur wo. Kann ich nicht mehr schießen, wenn du vor mir stehst. Ich kann auf den Schnitzern nicht mehr schießen. Das ist viel zu ruhig. Also, es ist... Ja, 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 ja. Kann ich den nehmen? Falls jemand kommen sollte. Jetzt schießen die auch auf uns. Scheinbar nicht. Die fliegen noch an uns vorbei. Es ist viel zu ruhig. I'm sorry. Habt ihr da jemanden erledigt? What? Wo? 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 Da. Ich komme. Nice. Warte, ich hole mir wieder einen. Leute, weg mit euch. Du kannst dich nicht davon schleichen. Ey, du... Nervensäge. Ich bin da. Ich bin da, ich hole mir. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich kann das. Und da. Ich hab die falsche Waffe ausgewählt. Aber egal. Ah, das sind meine Freunde. Entschuldigung, ich schieße schon wieder auf meine Freunde. Und daneben. Wer kommt raus? Wer kommt raus? Du sagst, 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 du sagst. Ich habe keine Freunde, die Schmerzen. Ah. Wo seid ihr? Wo? Du kannst nicht durch die Mülltonnen schießen. Du kannst nicht durch die Mülltonnen schießen. Ihr könnt nicht durch die Steine schießen. Das ist Fake. War nix. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Ja, ich komme. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Jetzt müssen wir alles normal machen. Ja, das ist toll. Das ist sehr schön. Ich bin kurz vorher gestorben. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ja. Hier, nimm das WD-Kick. Thank you. Ja. Ja. Okay, der kann links rein. Nein, ich kann das nicht, wenn ihr auf mich schießt. Gib mir was zum Heilen. Jetzt speichere ich eh, Mama. Noch einmal speichern. Das gibt's doch nicht. Lasst mich in Ruhe. Wo, 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 wo? Gut, erschieße ich erst deinen Freund. Noch einmal speichern. Flieg mich zusammen, bitte. Flieg mich zusammen. Flieg mich zusammen, hallo. Mal sehen, ob es einen anderen Weg gibt. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.